hey freunde willkommen zu einem kleinen gewinnspiel auf meinem kanal ich mache das leider nicht so oft aber ich habe vor dass in nächster zeit ein paar mal zu machen da ich noch zwei weitere spiele habe ich euch verschenken kann weil ich sie doppelt habe heute geht es um die vision 1 für die ps4 ich habe den gamestop ganz günstig gesehen und dachte mir ich kaufe das mal für euch abonnenten damit ihr von mir auch mal was bekommt gratis außer videos natürlich und ja was ihr tun müsst um teilzunehmen ist einfach in die kommentare hashtag die vision schreiben und dann kurze zwei sätze dazu warum ihr das spiel haben wollt und warum genau ihr es gewinnen sollte das ganze wird dann trotzdem random ablaufen also sagen wir es sind nur zehn teilnehmer dann schreibe ich die namen auf verschiedene schnipsel schmeißt sie alle in den eimer rein und dann ziehe ich eben den gewinner raus wenn es jetzt 100 sind dann lasse ich eine app am pc laufen die das dann zufällig auswählt und ja weil das spiel ab 18 ist und ich mich an den scheiß jugendschutz halten muss da müsst ihr leider auch 18 sein damit ihr das spiel haben könnt also bitte macht nicht mit wenn ihr 15 sein oder so weil ich kann es auch nicht wirklich prüfen naja auf jeden fall ja wie gesagt die vision und dann kommentar warum ihr das gewinnen sollte und weil ich das jetzt international machen will also auch für meine englischen zuschauer geht es gleich auf englisch los und ja ich wünsche euch allen viel glück und danach natürlich dem gewinner auch viel spaß mit dem spiel jetzt habe ich beim ganzen labern vergessen dass das gewinnspiel bis zum 10 mai gehen wird also am 10 mai werde ich die auslosung machen und am 11 mai kommt dann das video mit dem gewinner und ihr habt also über zwei wochen zeit um hier mitzumachen bei dem gewinnspiel also ich wünsche euch nochmals viel glück hey guys wassup welcome to my channel and here i have a special for you it's a challenge and you can win this game here it's the division one for the ps4 i have it twice because i found it very cheap in the store in gamestop and i i thought about let's buy it for the subscribers for all their support for all their comments and stuff and uh yeah here it is so you can win it now and all you have to do is type in in the comments hashtag division and then tell me why do you want to win this game and why exactly you should win this game the only thing is you should be 18 years old because the game is from 18 years in germany i don't know how old you have to be in the usa or something but here it says 18 so yeah and uh yeah that's basically everything um but in the comments please just always uh also tell me where you are from which country because uh i thought about if i sent it to usa the tax and the price for for delivery is much more worth than the game and i thought about if you are outside from europe then i will give you a 10 playstation xbox switch um card credit card if you want so you can buy another game or this game and if you are in europe then you will get this game um by delivery so because the game had costs uh three dollars and it doesn't make sense to pay 30 euro or 30 dollars delivery costs so i'll give you a psn card or xbox card and yeah this challenge will end on may the 10th so you have about two weeks and a half time to uh participate in the challenge and that's it i wish everybody much luck and for the winner fun with this game and yeah see you in my next video bye bye